Hallo Leute, ich zeige euch heute ein Video von mir, in dem ihr seht, wie man den Never baut. Okay, ich fange jetzt mal an. Erst hüllt ihr den Boden aus und dann müssen da vier Kästchen sein. Dann tut ihr dort Obsidian rein. Und dann baut ihr das halt vier Dinger hoch. Und dann müsst ihr hier dann das verbinden. Dann holt ihr euer Feuerzeug raus und zündet das halt so an. Und ihr könnt das auch schön verändern, indem ihr das und die Ecken hier alle nach oben macht. Und hier könnt ihr dann das Portal sieht dann halt so aus, wie ihr wollt. Nur die mittleren Ecken dürften nicht so aus. Und öfteren dürft ihr ruhig kapieren. Und dann sieht das so aus. Und ich zeige euch jetzt auch noch mein Portal, das ich hier in meiner Stadt gebaut habe. Das sieht so aus. Ja, also habe ich jetzt schwebend gebaut. Ja, okay, das war es dann in meinem Video. Danke.